Also für einen Psychothriller hat er zu viel Humor. Er würde sagen, es ist ein Frauenfilm, was aber nicht stimmt. Männerfilm. Alice. Oh, sehr lustig. Schwierig. Psychohumorthriller. Thriller? Nein. Psychokomödie. Ob das jetzt ein Drama ist oder eine Komödie. Ich bin verheiratet. Ich was? Hallo. Also mich hat er so ein bisschen an den Film noir, an diese französischen Filme erinnert. Schwer, den zu kategorisieren, eigentlich. Ich würde sagen, der klassische österreichische Film. Es war eher so ein Hollywood-Schwing. Immer ein bisschen makaber, trotzdem lustig und es sind eben diese Wendungen drin, die amerikanische Filme anscheinend nicht können. Warum denn? Wo ist es mit dir? Extrem düstere Komödie.